jetzt haben wir mit level 4 weiter stupid backstation man sieht hier war ich noch eigentlich gar nicht ja okay hier ist schon mal nix einfach noch easy halt 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 ich komme zurück doch die türen hier abklappern weil ich das hier irgendwie in der tür irgendwas okay warum sonst aber hätte sein können da ist noch eine nicht dahinter irgendwie hier die dosen sind und man sich dann nachher schreckig ärgert weil man das vergessen hat nachzuschauen cut off legs und dann durch aber okay sie leuchten eweiß auf das ist gut zu wissen dosen hofen kann ich das hier gut machen also man kann ja nicht wirklich schlagen oder was und dagegen ja gut ich kann mit etwas glück manch baum zerstören was übrigens weil die tür vielleicht noch einmal dass das haus dann dementsprechend aber das kann ich nicht zerstören nein das geht nicht das geht nicht und da ist auch nicht für die weiß aufleuchtet dann würde es nicht so sein die tür noch nein auch nicht okay dann kann auch lex ja aber jetzt können wir hier durch das ist mal hell mit anfassen spiel so was haben wir hier m und froh okay als das ding ist einsam ja noch was ist das da ist das irgendwie was zum nö es liegt einfach nur da okay tür ist auch nicht dort auch nicht ja und auf was soll ich jetzt werfen aim und froh ach so ach da oben die tür noch genau nicht okay ja aim ist halt auf gut glück ne man hat hier kein mittelpunkt oder sowas man mal so klappt man sieht dass man nichts sieht aber hinten ist irgendwo licht okay geiler scheiß geiler scheiß so fünf von sieben das heißt wir haben immer noch zwei übersehen und wenn da schon diese feine sind das heißt doch dann dass das ziel ist oder was oder wie kann ich als kopf auch türen öffnen ich meine so ganz ohne hände ist natürlich irgendwie wenig schwierig aber vielleicht klappt hat ja Aber nein hier sind keine türen zum öffnen da nicht da auch nicht Vielleicht noch springen müssen oder was oder Aber was denn zwei fehlen uns wo waren sie Schreibt sie in die kommentare oder sagt sie im chat Gott oh Gott Na gut Level complete Oh Gott ich hab jetzt schon Angst Ich hab jetzt schon Angst Everybody loves clowns Schreibt sie in die kommentare Weiß Bescheid Weiß Bescheid Aha Direkt ein Tipp Oder vor mir Oder Ne da ist der Checkpoint Das heißt ich renne jetzt auch mal kurz zurück Eins Zwei Ich renne mal eben hier entlang Und ich bin immer noch nur der Kopf Ich bin verwirrt Wie lange geht der Gang Da hinten ist etwas Oh mein Kopf glibbert nicht mehr Wenn ich mal springe Glibbert er auch nicht mehr Könnt ihr mal ganz Zuhören Dunkel in dunkel Aber wir sind ja uns einer Person Oder ein Pappaufsteller Eher gesagt Was ist das für ein Pappaufsteller Und wohin geht's dann Halt Hä Jetzt bin ich noch vorbei Ne da ist er Kann ich dagegen springen Ich kann dagegen springen Aber es bringt nichts Jetzt seh ich auch nur noch schwarz Ihr seht wahrscheinlich Ich schon die ganze Zeit nur noch schwarz Abgesehen vom Umriss Von diesem Pappaufsteller Und hier ist eine Wand Hier komme ich nicht weiter Da ist der Pappaufsteller Gut 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 Ja gut Ich renne dann mal wieder Oder ich rolle Kann ich eigentlich mit Enter neu resetten Nein es geht nicht Mit Enter kann ich nicht resetten Gut dann Erfolgen wir Dieser schmalen Hell erleuchteten Spalte Naja wohl so hell auch nicht Aber Am Ende der Spalte Wartet ein Licht auf dich Zeitweilen Glibbert der Kopf beim Rollen Und manchmal aber auch nicht Faszinierend Jetzt ist quasi wieder Totenstille Aber gut Vielleicht ist ein Checkpoint Ab da kann ich mich wieder neu zusammensetzen Dann habe ich wieder Da bin ich wieder bei mir selbst Und habe Kopf Ich habe Körper Beine Füße So wie man es mag Okay Checkpoint erreichen Okay Wir haben drei Clowns Ich habe keine Ahnung Was sollen jetzt die Köpfe da oben rechts bedeuten Okay Wenn er Wenn er hier mal kurz Hier rum Kaspert Das lässt uns kurz Ja Die Vibrationen aushalten Gut Gut Ich denke gerade zu Rande Dann wollen wir einfach mal los Einfach mal schauen Da sind auf jeden Fall schon mal Ketten sägen Oder hier Messerplatz oder was weiß ich was Da ist im Dosenhaufen Okay Der zweite Jump kam durch wieder Weißt du Bescheid hier War nicht ich Das dann Wo müssen wir jetzt hin Ich würde sagen da Oder was Oder wie Das ist so der einzige Weg Der nach oben führt Ja Ja Hier sieht man sehr viel Da sieht man sehr viel Ja ja Gute Aussicht Gute Aussicht So Hüpf Dosenhaufen mitgenommen Vier von zwölf Geiler Scheiß Hüpf Hüpf Blut auf dem Boden Ist auch mal Oh Okay Ducken War Nicht die ideale Option Okay Wenn der Ding kommt Springen Anstatt ducken Ich hasse Clowns So So Hier kann uns erstmal nichts passieren Hoffe ich Oh Da kommt der nächste Warte mal Warte mal Warte mal So Er ist hier durch Oh Äh Boah Da hat aber nichts Auch wieder nichts Ach scheiße Wie krieg ich die Dosen mit Äh 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 An den Rand gehen Und dann hier Äh Jawohl Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Wenn ich mich so anstelle Dann Nicht mehr nach Aber es geht Es geht Es geht Es geht Es geht Es geht Bangarang So jetzt hier hoch Wieder Mal Hauptsache die Dosen Haben wir Hauptsache die Dosen Haben wir Jetzt haben wir wieder da So Wo kommt die andere an Da hinten kommt sie Jetzt Einmal so Jetzt Die Hand wieder ab Oder zurück Einmal durch Hüpfen Hüpfen Und da hoch Sehr gut Und die Dosen So Wollen wir jetzt mit der Kanone Wo muss ich jetzt auch was achten Oder was Lass mal schnell schauen Muss ich da hinten rein Oder muss ich irgendwie vorne rein Und ich meine die Kanone zielt halt auf den Kopf drauf Oder muss ich in den Mund rein Wie ist denn da der Flugwinkel Ich versuch mal hinten Achso Geht eh erst dann los Wenn ich sag Äh Bam Okay Kopf war schon mal Äh also Mund war schon mal falsch Aber gut Aber gut Aber gut Das soll ja nichts Bedeuten Wir können ja eh Mal eben hier ringsherum schauen Ob da Man wenn wir jetzt hier Zersmasht werden Ist nicht so schlimm Und was geht nur den einen Weg hoch Das heißt Es muss Irgendwie Hier Noch einen anderen Weg geben Vielleicht muss ich vorher noch was freischalten Oder so Keine Ahnung Ui Jajajaj Jetzt rennen wir mal mit dem Pfad hier entlang Okay dann rennen wir nochmal hoch Hey ich bin doch Ich bin doch Sprung Egal ich bin noch In einem Teil So jetzt fahrt mir kurz ab Und bam So wir sind Okay Die nehmen natürlich mit So dann versuchen wir hier mal was zu machen Ich habe keine Ahnung Muss aber dahin schießen Keine Ahnung So ich hier nochmal im Mund versuchen Oder lieber mal Ich versuche jetzt mal Hinterkopf Okay 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 Achso warte mal Jetzt habe ich hier rechts oben Jetzt sind nur noch zwei grau Ja versuche ich mit der andere hier noch nochmal Versuche ich auch nochmal Hinterkopf Anstatt Mund Oh nein Oh Gott oh Gott Kommt die Hand hier Oh ne Oh die kommt von hinten Oh Oh dann war es wirklich richtig Dann war es wirklich richtig Also Hinterkopf das mal Hinterkopf Okay 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 Ja das kriegen wir schon noch hin Oh das ist wirklich nochmal durch Okay Oh der kommt da vorbeigerast Okay 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 Aber da hätten sie auch nochmal Da sind auch nochmal Das heißt wir müssten eigentlich Schweiß mir auf Ja dann machen wir jetzt direkt Dann machen wir es jetzt direkt Oh Oh Wow Wow Okay die Dosen haben wir Die Dosen haben wir Ja das sind auch welche Okay die Dosen haben wir auch Okay So E Und jetzt wieder Hinterkopf Yeah Zwei graue Okay So ich schau was genau So ich muss nochmal da oben hinkommen Dann kann ich jetzt dann Die letzte Kanone Die eigentlich die erste war Oh Gott der flippt hier schon aus Okay Schaff mal Schaff mal Schaff mal Schaff mal Jawoll So wo kommt hier die Hand Da kommt sie Wow Okay okay Hüpf Und Hüpf Es ist Gar nie mal So einfach Wow Okay okay Wir sind hier 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 Jetzt wieder ganz Durch Rushen hier So Wow Okay okay Es geht hier Arschgeschnappt war vorbei Aber es geht auch Es geht auch Es geht auch Okay okay Kann ich da einfach drüber laufen Oh Ich versuch's Ja es geht Ui 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 Göller scheiß Und ab in die Kanone Okay Und wieder hinten rein That's what she said Bam Und der Clown Is history Geiler scheiß Boah endlich will ich das scheiß lachen auf Eins und zwei Und wir haben alle geschafft Wir haben alle geschafft Und wir können ihn nicht erreichen Aber We made it Bingo Bingo Wreck Hot Bis zum nächsten Mal.